Das Bedeutende ist doch, dass dem Künstler die Idee gegeben wurde, finde ich. Das ist das, warum es auch so wichtig ist, dass die Gesellschaft die Künstler hat, weil jedem werden ja nicht diese Ideen gegeben. Die Idee wird dem Künstler gegeben, er macht etwas daraus und bringt es zur Anschauung für die Menschen, denen diese Idee nicht gegeben ist. Und die arbeiten dann mit dem Produkt oder wie immer das aussieht. Es kann ein Text sein, es kann ein Gedicht sein, es kann aber auch ein bildnerisches Kunstwerk sein. Und da habe ich größten Respekt davor. Also es geht immer um die Idee des künstlerischen Konzeptes und seiner Auswirkungen im Werk.